...abends, im Bandarmgewicht bis 54 Kilogramm, begrüße ich vom Team Istanbul Bosporus herzlich hier bei uns im Ring, Murat Timur! Untertitelung. BR 2018 Murat Timur, meine Damen und Herren, im Bandarmgewicht bis 54 Kilogramm aus dem Team Istanbul Bosporus Er hat bis jetzt über 100 Kämpfe gefeitet und davon 90 gewonnen Das heißt, er ist nicht nur ein Sieger, sondern er will natürlich auch heute den Leipzig Leopards den ersten Punkt abbringen Ob ihm das gelingt, werden wir in wenigen Augenblicken hier im ersten Kampf des heutigen Abends sehen Dieser erste Kampf im Bandarmgewicht bis 54 Kilogramm, meine Damen und Herren, wird geleitet vom Referee Michael William Gallagher An der Seite begrüßen wir die drei Punktrichter des heutigen Abends, die nicht nur die Punkte zählen, sondern sie wissen es am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden Ein herzliches Willkommen an dieser Stelle an Mick Barsi aus England, ein herzliches Willkommen an Mohammed Braham aus Tunesien Und aus Griechenland begrüßen wir den dritten Punktrichter in diesem Kampf, Evangelos Bugiyukas, herzlich willkommen, guten Abend Meine Damen und Herren, Sie sehen es bei unserem ersten Boxer, der bereits im Ring steht, aus dem Team Istanbul Bosporus Es wird gekämpft ohne Kopfschutz und mit freiem Oberkörper, es wird gekämpft fünf Runden pro Kampf a drei Minuten Und unsere Punktrichter am Rand entscheiden am Anschluss an den Kampf mit der Punktwertung Und entsprechend werden wir natürlich auch den Sieg bzw. den Verlierer des Kampfes bekannt geben Jetzt, meine Damen und Herren, schaue ich zum Gegner unseres ersten Kampfes in der Gewichtsklasse Bandarm bis 54 Kilogramm Und ich rufe in die rote Ecke aus dem Team der Leipzig Leopards, Dennis Ceylan All day, all night, all day, all night, all day, all night, all day, all night, what the fuck All day, all night, all night, all night, all night, what the fuck When I came to Spain, and I saw people party, I thought to myself, what the fuck, what the fuck All day, all night, all day, all night, all night, viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs, I couldn't believe what I was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, Johnny, la gente esta muy loca, what the fuck. Damit, meine Damen und Herren, kommen wir zum ersten Kampf Istanbul-Bosporus gegen die Leipzig-Leopards, Murat Temur gegen Ceylan Deniz. Ring frei, für Runde eins, seconds, leave the ring, please. Okay, guys, ready to go? Okay, watch her. Okay. Okay, come on, kick. Okay, come on. They can't leave the ring, please, now. Clear the ring for the first round. Und damit ringt frei zum 1. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Watch your feet, guys. Watch your feet. Dennis Schillan, meine Damen und Herren, aus dem Team der Leipzig Leopards. Er kann bereits mehrfach die Skandinavische Meisterschaft für sich verrufen, mit gut 100 Kämpfen und davon 85, die er für sich bestritten hat. Clear the ring for round three. Right, 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 right. Quick corner, let's go. Backs. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stop! Bugs, watch the feet. Stop! Darum Schluss, meine Damen und Herren, zum ersten Mal, das ist heute Abend der World Series of Boxing. Istanbul-Boss-Burs gegen die Leipzig-Europas. Und wir warten, meine Damen und Herren, auf das offizielle Urteil der Ringrichter in dieser Begegnung. Murat Timur gegen Deniz Celan. Applaus Meine Damen und Herren, das offizielle Urteil in diesem ersten Kampf im Bandheimgewicht bis 54 Kilogramm. Ich bitte beide Boxer in die Mitte vom Team Istanbul-Boss-Burs gegen die Leipzig-Leopards. Mourat Timur gegen Deniz Celan in diesem ersten Kampf. Die offiziellen Punkte unserer Ringrichter aus dieser ersten Ansetzung des heutigen Abends. Ringrichter 1. Wir warten noch einen Augenblick, meine Damen und Herren. Und in der Zwischenzeit bitte ich noch einmal um einen großen und kräftigen Applaus für unsere beiden Angelegenheiten hier im Ring. Applaus Die offiziellen Punkte in dieser ersten Ansetzung des heutigen Abends. Punkt Richter 1 vergibt 49 zu 46 für die Leipzig-Leopards. Punkt Richter 2 entscheidet mit 50 zu 45 für die Leipzig-Leopards. Punkt Richter 3 ebenfalls 50 zu 45 und damit heißt der Gewinner dieser ersten Ansetzung Dennis Celan von den Leipzig-Leopards. Applaus Wir bedanken uns bei unseren ersten beiden Athleten im Pfandarmgewicht bis 54 Kilogramm und verabschieden beide Athleten aus dem Ring mit einem großen Applaus. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus